Scott Valentine, Gerstner Bozen, hat großen Charakter gezeigt und zwei wichtige Punkte. Ja, natürlich war das kein perfektes Spiel von uns, aber ich glaube, unser Start war gut im ersten Drittel. Und wir haben wirklich gekampft bis zum Schluss und zwei Megapunkte. Und morgen gegen Linz ein Spitzenspiel on the road? Ja, wir wissen, wir haben in Linz einen starken Gegner und wir freuen uns auf diese Challenge. Und wir wissen, dass wir bereit sein müssen. Coach Glenn Hellon, gestern die Foxes haben einen guten Charakter gezeigt. Zwei große Punkte am Ende des Tages gegen ein gutes Team, ein gutes Offensive Team. Ja, es war ein richtig guter Comeback. Es war ein Spiel, ich denke, die realen Winners, wie ich gesagt habe, waren die Fans. Es gab viele Gäste, viele Spiele gespielt, viele Spezialisten spielen. Aber für unsere Team, es war, dass wir uns zu tun haben, dass wir ein Lied haben. Ein paar Mal haben wir ein Lied haben. Und dann haben wir immer noch die Punkte gewonnen. Tomorrow gegen Linz, auf der Straße. Es wird ein schwerer Spiel gegen eine der besten Teams in der Lied. Zwischen zwei der besten Teams in der Lied. Genau. Die Spielern hier in unserer Runde, in der Lied ist, wo Linz ist, ist ein Team dieses Jahr. Es ist nicht das Team von letztem Jahr, wo sie auf der Bottom des Tages. Und ich denke, die Fans haben das gesehen, als sie hier kamen. Wir hatten ein hart-fought 2-1-Win. Sie sind jetzt hier an der Toppen mit einem Spiel weniger gespielt als wir haben. Und es wird ein Battle hier sein. Aber für uns jetzt, oder für einen Team, wenn man sich in eine Position, wo man either an der Toppen oder neben der Toppen, dass jeder Team vorbereitet für Sie. Und wir verstehen das. Und wir denken, in der Ende, wenn wir uns in eine Position, wenn wir uns in eine Position, wo wir sehen die anderen Teams best werden, und es wird uns eine bessere Team in der lange Zeit machen. Die Foxes haben jetzt confidence. Wie sehen Sie diesen Prozess? Ich denke, die größte Sache ist, dass ich es in unseren Praktiken sehe. Als wir gewonnen haben, ein paar Spiele früher. Für mich die Praktiken waren vollen Leben und Energie. Aber es gab nicht so, wie wir brauchen. Und ich denke, es kostet uns ein paar Spiele, ein paar Spiele, wo wir zwei Spiele in einem Jahr gewonnen haben. Ich habe das gesehen, ein emotionales Spiel gegen Pustertal. Wir kamen die nächsten Tag. Wir hatten eine wirkliche Herausforderung. Die Spiele waren wirkliche. Und die Spiele waren vorbereitet. zu spielen die nächste Spiel. Und das kommt mit gewinnen. Und was wir versuchen, zu sagen, ist, dass gewinnen muss, dass gewinnen, dass gewinnen, dass gewinnen, dass gewinnen, dass gewinnen, dass gewinnen. und dass gewinnen, dass gewinnen, dass gewinnen. Das ist, wo wir jetzt sind. Die Spiele sind. Die Spiele sind.